Wer ein E-Auto hat, will es auch zu Hause laden. Am besten geht das mit einer eigenen Wallbox. Und die wird jetzt gefördert. Da Umweltbewusstsein für jeden bezahlbar sein sollte, unterstützt euch die KfW beim Kauf einer privaten Wallbox mit 900 Euro pro installiertem Ladepunkt. Ich erzähle euch gleich, wie ihr die Förderung beantragt und was ihr unbedingt beachten müsst. Aber erstmal ist wichtig, dass die Gesamtkosten für die Wallbox und die Installation mindestens 900 Euro betragen. Es geht dabei um die Summe des Kaufpreises der Ladestation, des Energiemanagementsystems zur Steuerung der Ladestation, den elektrischen Anschluss und die notwendigen Elektroinstallationsarbeiten. Ab 1. Dezember 2020 ist neu, dass durch die Änderung des Mietrechts nun auch private Eigentümer, Eigentumsgemeinschaften, Vermieter und Mieter mit Zustimmung des Vermieters die Möglichkeit haben, von der Förderung zu profitieren. Wichtig ist dabei nur, dass die installierte Ladestation nur privat zugänglich ist. Und man muss eine Ladestation aussuchen, die den Voraussetzungen der KfW entspricht. Es sollte sich um eine intelligente Ladestation mit einer installierten Ladeleistung von 11 kW handeln. Das Laden der Wallbox muss über Ökostrom erfolgen und die Wallbox sollte auf der KfW-Liste für förderfähige Ladestationen stehen. Die KEBA-Wallbox von Vattenfall entspricht all diesen Anforderungen. Ganz wichtig für die Förderung ist folgendes. Zuerst den Antrag stellen und dann erst die Wallbox bestellen. Den Antrag kann man ganz einfach online auf dem KfW-Zuschussportal stellen. Ohne nervigen Papierkram. Dazu muss man sich kurz registrieren und eine Kostenindikation angeben. Also eine Einschätzung der Kosten. Dazu kann man einfach die Installationsbeispiele von Vattenfall nutzen. Die Zusage von der KfW kommt noch am selben Tag per Bestätigungsmail. Als nächstes muss ich kurz meine Identität nachweisen. Zum Beispiel mittels Schufa-Identitätscheck. Und los geht's. Ladestation aussuchen, bestellen und dann fachgerecht installieren lassen. Und nicht vergessen, dass die KfW nur Ladestationen, die mit 11 kW installiert wurden, fördert. Beim Natur24 Wallbox Plus Tarif inklusive Vor-Ort-Check wird das im Installationsangebot aber natürlich schon berücksichtigt. Die Rechnung für die Wallbox, die Installation sowie die Auftragsbestätigung für den Ökostromtarif müssen dann nur noch auf dem Zuschussportal hochgeladen werden. Das war aber eigentlich schon alles an Papierkram. Und jetzt steht der Förderung von 900 Euro nichts mehr im Weg. Also nochmal zusammengefasst. Das Ganze gilt ab dem 24. November 2020. Gefördert werden intelligente Wallboxen mit einer installierten Ladeleistung von 11 kW, die mit Ökostrom laden und deren Gesamtkosten mindestens 900 Euro betragen. Den Antrag zur Förderung kann man im KfW-Zuschussportal stellen und das muss man machen, bevor man die Ladestation bestellt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt alles, was ihr braucht, um euren eigenen Wallbox-Kauf fördern zu lassen. Und ansonsten gibt es weitere Informationen zu diesem Thema auf vattenfall.de oder direkt bei der KfW. Also viel Erfolg. Tschüss.